Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute machen wir ein bisschen Geometriegrundlagen und ich erkläre euch mal kurz drei Begriffe, wobei es für ein zwei Bezeichnungen gibt. Und zwar geht es heute um die Strecke, um den Strahl bzw. die Halbgerade und die Gerade. Und ich habe da so ein paar nette Merksätze oder Ideen zu, die erzähle ich euch mal. Und wir fangen an mit der Strecke. Und die Strecke ist ganz einfach. Die Strecke hat nämlich einen Anfangspunkt, einen Endpunkt und dann ist das die kürzeste Verbindung dazwischen. Und das ist eben dann eine gerade Linie oder eben eine Gerade. Nur, dass sie einen Anfang und ein Ende hat. Und das nennen wir Strecke. Dann gibt es den Strahl oder die Halbgerade. Das ist unterschiedlich. In einigen Schulen sagt man Strahl, in anderen Schulen sagt man Halbgerade. Und die hat einen Anfangspunkt, aber kein Endpunkt. Die ist also unendlich lang in eine Richtung. Sie fängt hier an und hört dann einfach nie auf. Und ein schönes Beispiel hierfür ist zum Beispiel eine Taschenlampe. Die hat einen klaren Anfangspunkt. Hier geht das Licht los und dann geht es unendlich weiter. Und als letztes haben wir die Gerade. Und die Gerade, die ist genauso wie die Strecke auch. Eine Linie an einem Lineal, nur, dass sie keinen Anfang und kein Ende hat. Sie ist also unendlich lang. Tja, und mehr muss man zu diesen drei beziehungsweise vier Begriffen auch nicht wissen. Die Strecke mit dem Anfang und dem Ende, Strahl oder Halbgerade mit dem Anfang, aber keinem Ende und die Gerade, die kein Anfang und kein Ende hat. Und das war alles. Die drei Begriffe, die merkt ihr euch und das wird euch noch ein paar Mal in der Mathematik und in der Geometrie und später auch in der Physik begegnen. Okay, das war's.